Hier sehen Sie den Hafen von Gipralda, ein schönes kleines Örtchen mit viel Hochhäusern. Hier oben ist der Affenfelsen, da kann man mit der Seilbahn hochfahren. Hier steht aber immer noch die Seilbahn und wir wollten heute mit der Seilbahn hochfahren und haben es nicht geschafft. Hier seht ihr noch die MS Euro Dump, wie sie ausparkt und wegfährt. Gipralda Vielen Dank.